Ich sage euch etwas, ja? Wallah, bei Allah, mir wurde, mir wurde, eine Stelle, eine Stelle, in einem muslimischen Land, als Chef, passt auf, Chef, mit Villa, mit neuestem Auto, mit 180.000 Dollar im Jahr, als Lohn, plus 15% von dem Gewinn von einer Firma, plus 6 Tickets, Deutschland, dieses Land, und ich arbeite nur 8 Monate, und 4 Monate habe ich Urlaub, bei Allah. Aber, mir wurde das angeboten, und ich, es sollte nur unterschreiben, dann habe ich meinen Scheich angerufen, ich habe einen Scheich, ich habe ihn angerufen. Ich habe gesagt, Scheich, ich habe dieses Angebot bekommen, was denkst du? Und er hat gesagt, schau mal, ich will nicht viel erzählen, er sagt dir nur etwas. Dunja oder Din, das bedeutet, diesseitiges oder jenseitiges. Ich habe ihm gesagt, du weißt die Antwort, jenseitiges. Der hat gesagt, dann wähle, dann habe ich das nicht angenommen. Obwohl, denkt ihr, überlegt euch, ich meine, was war daraus? Du lebst, du hast alles, du kannst so gut leben. Aber dann hat man gewählt, nein, dass man hier bleibt, und dass man hier erträgt Hass-Mails, Hass-Nachrichten, Drohungen. Wisst ihr einmal, was sie gemacht haben hier bei uns? Ich erzähle euch, was sie bei uns gemacht haben. Bei Allah, die haben meine Bilder überall hier auf der Straße gemacht, mit so einem Bild von unserem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Die meinen, das wäre das Bild vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, mit so einer Bombe drauf und mein Bild so, und dann Flugzeuge drauf und so weiter. Und die haben das überall geklebt hier auf der Straße. Und immer Droh-Mails oder was anderes und so weiter, aber trotzdem, für Allah, sallahu alaihi wa ta'ala, musste man Geduld zeigen.